Wir sollten nicht in das eine oder in das andere extrem gehen, sondern wir sollten als Christen grundsätzlich moderat sein, ausgeglichen sein. Und wenn du übrigens als vielleicht gerade neuer Christ diese Haltung hast, ich will unbedingt jetzt extrem sein, ja, ich bin NIFB, ich will extrem sein und ich gehe jetzt vielleicht sogar zur Baptistenkirche, zuverlässiges Wort, weil ich extrem sein will, dann lass mich dir was verraten, dann bist du in der falschen Gemeinde gelandet. Dann solltest du dir vielleicht eine andere Gruppe suchen. Denn es ist nicht unser Ziel als Christen, auch nicht als NIFB-Baptisten, extrem zu sein. Das ist nicht unser Ziel. Dieses Ziel, extrem zu sein, ist völlig verfehlt. Wir sollten als Christen moderat sein, ausgeglichen sein. Wir sollten uns in Mäßigungen üben, nicht einfach extrem sein. Was soll so toll daran sein, extrem zu sein? Ich meine, ist überhaupt das, was die Bibel sagt, dass wir extrem sein sollen als Christen? Ich meine, hier ist das Ding, die Welt sieht uns als extrem an, als NIFB-Bewegung. Oh, ihr seid so extrem. Warum? Weil die Welt durchgeknallt ist. Deshalb. Aber weißt du, wie ich so eine Podcast-Folge vorbereite? Ich suche mir einfach einen Haufen Bibelferser raus. Das ist meine Grundlage. Ich weiß das Thema Schlemmerei. So, gebe ich Schlemmer ein in der Bibelsoftware zum Beispiel, suche mir Verse dazu raus. Dann fallen mir Verse dazu ein, schreibe mir alle diese Verse auf. Das heißt, ich beginne einfach nur mit Gottes Wort. Das heißt, ich bin ausgeglichen. Ich bin moderat. Ich will einfach das lehren, das sagen, was tatsächlich in der Bibel steht. Wir sollten moderat sein als Christen, in der Lehre, in unserem gesamten Lebenswandel.